Auch hier gilt beim Turner, dass der eine Körperspannung hat. Der Blick geht auf den Kasten. Der Klammergriff ist der gleiche für den Minitran. Die beiden stehen auch nah am Gerät dran, sind auch nah am Turner. Genau das gleiche mit dem Klammergriff, dass der am Oberarm und nicht am Gelenk verhalten wird. Der Turner springt beidbeinig ab und Beine sind geschlossen dabei. Wenn hier die Markierung steht, ist auch ein kleines Aufsichtsprunggerät drauf. Da muss der Turner abspringen.